Ich denke, heute Abend werden Sie, meine verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, Gäste etwas Positiveres erfahren. Gestern, da war ja alles so dick. Ich habe festgestellt, dass mein Vortrag am Anfang auch zu dick war und ich habe heute aus dem Vortrag einfach ein paar Folien rausgelassen. Das war meine Therapie mit dem, was ich Ihnen sagen wollte, damit es heute nicht zu lang wird. Wir haben gestern Verschiedenes betrachtet und heute soll ja nun die Therapie und die Vorbeugung, die Prophylaxe im Mittelpunkt stehen. Ich möchte etwas kurz zum Lebensstil sagen im Allgemeinen und ein Begriff, der ja sehr en vogue ist, wie man so schön sagt, das ist das Anti-Aging. Das, was man tun kann, um nicht so schnell alt zu werden. Auch da werden wir ein paar Dinge zu hören. Vieles hängt einfach auch mit diesen Krankheiten zusammen, aber passen Sie auf. Sie haben ja gestern diese Folie zum Abschluss gehabt, diese beiden Herren haben hier ein Problem zu lösen und das wollen wir heute zusammen machen, aber es sind nicht nur diese beiden Herren, auch dieser Herr hier, dem geht es ähnlich und auch er soll heute Abend gut aufpassen, was wir für Lösungen auch für ihn haben. Wir wollen uns also Gedanken machen über Behandlungsmöglichkeiten, welche stehen uns hier zur Verfügung, um die Zuckerkrankheit und das Übergewicht in den Griff zu bekommen. Was ist unser Ziel? Was wollen ihr erreichen? Und hier haben wir so ein nettes Ehepaar, die freuen sich schon auf das, was mit ihnen passiert. Nur eins kann ich Ihnen sagen, im Handumdrehen, so schnell geht das nicht. Es gehört schon etwas mehr dazu, als einfach zu schnipsen und dann passiert das. Aber bevor wir uns jetzt damit beschäftigen, wie wir all diesen Übergewichtigen Hilfe bringen können, ein kleiner Rückblick auf gestern Abend, für die auch, die vielleicht nicht da waren. Es gibt vier Risikofaktoren, die mit diesen Krankheiten zusammenhängen, die Herz- und Stoffwechsel und alle anderen Organe auch belasten. Das ist der erhöhte Bauchumfang, Sie haben ja das Maßband als Bonbon verpackt schon gerade gesehen, das Sie gestern bekommen haben. Wer keins bekommen hat nebenbei, darf sich nachher eins holen am Ausgang. Dann ist es der erhöhte Blutzucker, schlechte Blutfettwerte und der erhöhte Blutdruck. Diese vier Bs, wie man sie auch nennt, sind die Gefahr für unseren Körper, führen zu den verschiedensten Krankheiten und letztendlich auch zu einer Verkürzung der Lebensspanne. Hier möchte ich noch einmal kurz ansetzen, das war unsere Übersicht. Der Ausgangspunkt ist zu viel Essen, verminderte körperliche Aktivität. Es gibt zu viel Blutzucker, freie Fettsäuren und das war gestern etwas, wo wir uns sehr ausführlich mit beschäftigt haben, mit diesem oxidativen Stress, dem die einzelnen Zellen im Körper ausgesetzt sind. Vor allem die Beta-Zelle in der Bauchspeicheldrüse, was dazu führt, dass irgendwann die Zuckerkrankheit kommt oder aber, wenn andere Symptome dazukommen, dieses metabolische Syndrom und CVD, das sind die Herzgefäßkrankheiten, alles das letztendlich ausgelöst durch diesen Stress im Körper. Sie erinnern sich an unsere Beta-Zelle, die fleißig am Arbeiten ist. Hier in diesen Bitochondrien wird der Sauerstoff, der übers Blut antransportiert wird, umgewandelt in Energie, in ATP, dieser wiederum wird verwendet, um der Schlüssel, soll das Insulin darstellen, um Insulin zu bilden. Das ist also die Aufgabe, die die Bauchspeicheldrüse täglich wahrnehmen soll. In Abhängigkeit vom Zucker soll sie Insulin produzieren. Und das, was uns bei dem ganzen Prozess gestern sehr beschäftigt hat, sind diese wilden Gestalten hier, diese ROS, diese reaktiven Sauerstoffverbindungen, die letztendlich alle Zellen im Körper angreifen und irgendwann auch mal, wenn sie nur in hoher Konzentration vorliegen und nichts gemacht wird dagegen, den Körper vernichten können, also die Zellen. Dann hatte ich Ihnen ganz kurz gesagt, es gibt komplizierte Formeln mit diesem Body-Mess-Index. Für mich ist immer das Einfachste, mit dem ich das auch grob abschätze. Sie nehmen Ihre Körperlänge in Zentimeter, ziehen davon 100 ab und dann sollten Sie ein Maß bekommen und dieses Maß sollte nicht, also Ihr Gewicht sollte nicht höher sein als dieses Ergebnis. Also wenn Sie 186 groß sind, 100 abziehen, 86 Kilo dürfen Sie wiegen, was darüber ist, ist zu viel. Und damit kann man es relativ genau ganz einfach auch ausmessen. Sie haben ja Ihr Maßband bekommen, vielleicht hat es der ein oder andere schon probiert, man wundert sich manchmal und eben wurde ja schon gesagt, die Grenze ist 102 Zentimeter für Männer, 88 Zentimeter für Frauen, was den Bauchumfang anbetrifft. Maßband ist so wichtig wie das Stethoskop, das ist das, was wir gestern herausgearbeitet haben und noch ganz kurz, wie kommt es zu der Zuckerkrankheit? Wir haben unten diesen grünen Bereich, wo der Balken jetzt hinzeigt, das ist hier der Bereich, wenn noch alles normal funktioniert, wir haben eine normale Insulinproduktion, der Zucker ist im normalen Bereich, gefährlich wird es dann hier, wenn plötzlich die Zuckerbelastung des Körpers zu groß wird und die Bauchspeicheldrüse aufgrund des höheren Zuckeranfalls hier vermehrt Insulin produzieren muss. Diese vermehrte Insulinproduktion belastet natürlich die Bauchspeicheldrüse und die Zellen dort haben auch nur eine begrenzte Lebensdauer. Der nächste Schritt ist dann der, wenn die Bauchspeicheldrüse sagt, jetzt habe ich keine Lust mehr, sie macht schlaff und das führt dazu, dass die Insulinproduktion langsam absinkt. Und dann kommen wir zum letzten Stadium, das ist dann der manifeste Diabetes, der Diabetes, den man nur noch durch Insulin von außen behandeln kann, die Bauchspeicheldrüse kann kein Insulin mehr selber bilden. Und das gilt es ja zu verhindern, dass sie nicht an die Spritze kommen. Dann habe ich jetzt hier noch, weil ich gemerkt habe, gestern da fehlt so ein bisschen Erklärung in Animation, noch die Belastung dieser Beta-Zelle im Bauchspeicheldrüsenbereich hier noch etwas erweitert. Sie sehen hier, ich habe Ihnen hier noch ein bisschen Fettgewebe eingebaut. Es ist so, dass nicht nur die Bauchspeicheldrüse selber, die Beta-Zelle diese bösen Dinge hier produziert, die ROS, sondern die kommen auch aus dem Fettgewebe. Und je mehr Fettgewebe man hat, desto mehr Belastung im Körper ist vorhanden. Und diese Zellen aus dem Fettgewebe werden mit der Blutbahn transportiert und kommen unter anderem auch in der Bauchspeicheldrüse an. Und deswegen führt Übergewicht irgendwann zum Diabetes, wenn nämlich das Fettgewebe so viel ROS produziert, dass hier die Mitochondrien, die Kraftwerke der Zelle so angegriffen werden, dass sie nicht mehr funktionieren und die Zelle damit irgendwann zugrunde geht. Das also hier noch zur Vervollständigung, dieses ROS, diese Schwarzen von außen sind mit Schuld, dass wir Zucker bekommen, weil nämlich die Bauchspeicheldrüse so geschädigt wird, dass irgendwann eben kein Insulin mehr produziert wird, aufgrund des Zelltods dieser Beta-Zellen. Und das liegt alles an dieser oxidativen Belastung, an dem oxidativen Stress. Hier noch einmal kurz, es ist nicht nur entscheidend, dass wir zu viel Fett haben, es kommt auch sehr darauf an, wo das Fett liegt und besonders gefährlich ist das innere Bauchfett, das was wir also so von außen gar nicht tasten können, was unter dem Fetthautgewebe liegt, das sehen wir nicht mit normalen Augen, das können wir auch so nicht tasten, das sieht erst der Chirurg, wenn er den Bauch aufschneidet, wenn innen alles verfettet ist. Und genau dieses Fett ist es, das wir gerade gesehen haben, was diesen oxidativen Stress auslöst und die Bauchspeicheldrüse irgendwann auch mal schadet. Ja, jetzt geht es dazu, was können wir tun? Das ist einfach gesagt, das Konsensuspapier über Ernährung in diesem Jahr sagt es ganz deutlich, die Deutschen müssen abspecken. Sie erinnern sich, zwei Drittel der Männer, gut die Hälfte der Frauen in Deutschland sind übergewichtig, aber wie können wir das nun angehen? Da helfen keine klugen Sprüche, das war mal eine Werbung der Sportverbände in Deutschland, Enemene Meck, der Speck ist weg. Das geht genauso wenig wie am Anfang, dass wir einfach einmal diese Dicken umdrehen und dann sind sie dünn. Kluge Sprüche helfen nicht, da helfen auch keine Tricksereien. Ich finde die Idee hier genial, auf die bin ich noch gar nicht gekommen, auch so kann man sich selber täuschen, aber davon geht das Gewicht auch nicht weg. Und auch das hilft nicht. Hat dir deine Mama nicht gesagt, dass man auch ausatmen muss? Es ist nicht die Luft im Bauch, die unser Problem ist, es ist das Fett. Ja, gestern stand in unserer Ludwigsburger Kreiszeitung etwas, was für mich auch ganz neu war und interessant, deswegen wollte ich es Ihnen heute gleich hier zeigen. Der Appetit auf Süßes lässt sich wegdenken. Allein die Erinnerung an die letzte Mahlzeit genüge, um weniger Lust auf Süßigkeiten zu haben. Interessanter Ansatz. Man hat in dieser Studie festgestellt, je detaillierter die Erinnerung an eine bestimmte Mahlzeit wachgerufen werde, desto stärker sei der Effekt. Also, ich habe da keine Erfahrung mit, ich kenne das auch erst seit gestern, aber ich kann sagen Sie nur mutigen, probieren Sie das mal aus, vielleicht hilft es ja. Stellen Sie sich das schönste Essen vor, das süße Essen und dann soll Ihnen der Appetit auf die nächste süße Mahlzeit etwas geschmälert werden. Probieren Sie es einfach mal aus. Ja, ein wissenschaftliches Zitat jetzt aus dem vergangenen Jahr, Untersuchungen, die das nochmal bestätigen, was wir schon erarbeitet haben. Übergewicht fördert oxidativen Stress. Der oxidative Stress kann durch übermäßige körperliche Betätigung, zunehmendes Alter oder zusätzlich vorhandene Krankheiten verschlimmert werden. Das ist mal der Fakt und jetzt kommt es auf das an, was wir heute machen wollen. Die Fettgewebereduktion durch Operationen, Medikamente, körperliche Betätigung und oder Ernährungsumstellung kann hier Hilfe geben. Es sind hier eigentlich mal so grob schon die wesentlichen Verfahren genannt, die wir haben. Nun wird nicht jeder gleich zum Messer greifen lassen, die Operationen, Medikamente, klar, wenn der Zucker und das Fett zu viel sind, muss man manchmal mit Medikamenten helfen, aber was jeder machen kann, körperliche Betätigung und Ernährungsumstellung. Und das ist auch die Basis jeglicher Therapie. Die Ernährungsumstellung und gesteigerte körperliche Aktivität sind die Basismaßnahmen für eine auch langfristig erfolgreiche Gewichtsreduktion. Diese Therapiepyramide hier basiert also auf einer ganz klaren Aussage, es geht um die Verhaltensmodifikation in Bezug auf Ernährung und Bewegung. Und erst wenn das nicht hilft, dann kann man sich mit Pharmakotherapie oder im schlimmsten Fall bei ganz übergewichtigen, schwergewichtigen Patienten auch mit einer Operation helfen lassen. Es gibt eine Vierstufen-Therapie, was die Ernährung anbetrifft. In der ersten Stufe versucht man, das Fett zu reduzieren. In der zweiten Stufe versucht man, mehr die Ernährung auf eine energiereduzierte Mischkost umzustellen. Und wenn das alles nicht so recht hilft, dann kann man Teile, also Mahlzeiten, ein, zwei Mahlzeiten am Tag durch eine sogenannte Formuladiät ersetzen. Das sind Präparate, die fertig erhältlich sind, meistens in Pulverform, die man dann anrührt, die ein Sättigungsgefühl hervorrufen und damit einem den Appetit etwas nehmen, auf die Dinge, die nachher wirklich dick machen. Das sind also so übliche Schemata, wie sie heute empfohlen werden, von der pharmakologischen Seite her, wobei das hier mehr noch eine Art Diät ist. Schon 1990 hat die Weltgesundheitsorganisation verkündet, diese chronischen Krankheiten und damit sind gemeint Herz und Gefäßleiden, Krebs, Blutdruck und Diabetes sind zum Teil Anzeichen von Überschuss und Unausgeglichenheit in der Wohlstandsernährung. Sie sind also im Prinzip weitgehend vermeidbar. Und deswegen sind wir ja hier, um zu überlegen, wie kann man diese Krankheiten vermeiden. Wenn man die Ernährung heute so anschaut, ja, manchmal nimmt man sich selber so ein bisschen auf die Schippe, da denken nun die Schweine das über uns, was wir sonst vielleicht über andere denken, der Mensch ernährt sich von Gammelfleisch und Genreis und wenn Sie mal die Presse der letzten Monate gelesen haben, Sie finden jede Woche irgendetwas, ein neuer Skandal mit Gammelfleisch oder irgendwelche anderen Dinge, es gibt viele, viele Tierkrankheiten, BSE ist im Moment gerade nicht mehr im Gespräch, eine große Gefahr immer noch, sie wird nur im Moment in der Presse nicht weiter erwähnt, es gibt zunehmende Fälle, wir hatten in Ludwigsburg erst wieder einen vor kurzer Zeit, dass eben gerade dieser Rinderwahnsinn auch noch Menschen zum Tode bringt. Oder die vielen anderen Dinge, die Erkrankungen durch Salmonellen, durch andere Erreger, Campylobacter und wie sie alle heißen, die weitestgehend beim Fleischverzehr mit aufgenommen werden. Unser Herr Ex-Gesundheitsminister zeigt hier, wo es drauf ankommt, mit der Karotte in der Hand, da loben wir doch unsere Politiker, dass sie uns zeigen, wo es lang geht. Nun gut, ich lasse die Aussage mal stehen, nachher werde ich Ihnen da das Gegenteil hier beweisen. Ernährung kann man also jetzt unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachten, was wir essen, wie viel wir essen, wann wir essen, wie wir essen, warum wir essen und wo wir essen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und in den Antworten hierzu gibt es sicher einige Überschneidungen. Die Frage nach dem Wo ist eng verbunden mit der Frage nach dem Was. Wenn ich in ein Fastfood-Restaurant gehe, habe ich nicht allzu viel Auswahl. Wenn ich in ein vornehmes Restaurant gehe, dann habe ich schon eher Auswahl, auch auf gesunde Nahrung. Das Was beantwortet sich also von selbst, wenn ich irgendwo hingehe. Aber fangen wir gleich mal damit an. Wo essen denn die Deutschen? Und wenn Sie diese Statistik sehen, das ist die Umsatzzahl aus dem Jahr 2006, mit Abstand an erster Stelle Umsätze in mehrfacher Milliardenhöhe. Das ist unsere bekannte Fastfood-Kette, die Sie heute ja in jedem Ort finden. Da gehen die Leute essen und wenn wir mal die nächsten sehen, auch die Konkurrenz, Burger King, Nordsee, andere Restaurants. Das ist das, wo heute der Deutsche essen geht. Und es sind besonders die Jugendlichen, die dort essen gehen. Wo essen die Kinder noch? Sie sitzen vor dem Fernseher und da hat man auch untersucht, was essen denn die Kinder vor dem Fernseher? Süße Sachen, Schokolade, Cola, Limo, fette Sachen, Pizza, Pommes, Würzchen und solange sie vorm Fernseher sitzen, können sie auch keinen Sport treiben. Also genau die Dinge, die man nicht machen soll, sind heute üblich. Burger und Pommes locken metabolisches Syndrom, so ist es hier im Medical Tribune im März getitelt worden. Also wenn wir diese Ernährung haben, müssen wir uns nicht wundern, wenn wir krank werden. Wenn wir Zuckerkrankheit, Übergewicht, Bluthochdruck und all die anderen Dinge bekommen, die wir gestern schon betrachtet haben. Und das hat in einigen Ländern dazu geführt, dass man sich ernsthaft Gedanken macht, auch die deutschen Ärzte haben hier überlegt, man will diese Fast-Food-Ernährung aus den Schulen verbannen. Auch der Arnold Schwarzenegger hat das in Kalifornien sogar schon umgesetzt, ab 2007 dürfen keine süßen Snacks und Limonaden mehr auf kalifornischen Schulhöfen verkauft werden. Wohl dem, der es schafft, das auch wirklich umzusetzen. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Denn die Hamburger machen Fett- und Insulinresistent, da ist wirklich alles drin. Adipositas, Insulinresistenz, Diabetes. Genau das Richtige, um krank zu werden. Was macht denn Fast-Food so wenig gesundheitsfördernd? Warum wird es geraten, dass wir Lebensmittel mit niedrigem glykämischen Index die Mittelmeer-Diät zu uns nehmen sollen? Hier ist ein neuer Begriff, den ich Ihnen jetzt ein wenig näher bringen möchte, dieser glykämische Index. Was ist denn das? Welche Rolle spielt er bei der Nahrungsaufnahme? Und warum ist eben diese Mittelmeer-Ernährung so empfehlenswert? Und da erinnern wir uns an unsere Folie von gestern Abend. Die Nahrung ist ein sehr komplexes Gebilde. Da sind ganz viele Moleküle zusammen und während schon im Mund die Verdauung beginnt, über den Magen bis in den Zwölffingerdarm, wird dieses große Nahrungsmolekül immer weiter zerlegt, bis diese Doppelzucker überbleiben, diese Disaccharide, und die werden dann über die Darmwand in das Blut transportiert. Und zwar kann man im Blut die Nahrung eigentlich nur in Form von Glucose, von diesem einfachen Molekül verwenden. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, was also passiert, wenn wir etwas zu uns nehmen. Wenn wir Zuckernatur zu uns nehmen, Zuckernatur, das können Sie zum Beispiel in den meisten Softdrinks haben, da ist nämlich nichts drin, außer Zucker und Wasser, also eine Nahrung ohne Ballaststoffe, und dagegen haben wir den Zucker verpackt, das ist im Obst, Gemüse, in den ganzen Nahrungsmitteln, die wachsen, die ganze vegetarische Ernährung enthält, gesunde Sachen, die verpackt sind in Ballaststoffe und andere Dinge, Spurenelemente, Vitamine, was noch alles drin ist. Und zur Vereinfachung und zur Verdeutlichung habe ich also mal jetzt diese Naturzucker hier weiß gefärbt und den verpackten Zucker mit Ballaststoffen habe ich braun gefärbt. Und jetzt schauen wir uns mal an, was denn eigentlich in Nahrungsmitteln so drin ist und wenn Sie das hier mal sehen, wie viele Zuckerwürfel in einem Liter bzw. einem Kilogramm sind, dann bekommen Sie schon das große Grausen. Hätten Sie gedacht, dass in Ketchup 56 Zuckerwürfel sind in einer Flasche? Ja, das merken wir gar nicht, das schmeckt halt toll und was isst man bei McDonalds und Co.? Ja, da wird Cola getrunken, da wird Ketchup gegessen und die anderen süßen Sachen, okay, die gibt es dann zum Frühstück noch zu Hause. Kein Wunder, dass wir überzuckert werden durch unsere Ernährung. Gestern haben wir kurz besprochen die Nahrungsaufnahme im Darm, wir haben also diese Doppelmoleküle, die hier durch die Darmschlingen wandern und das wird dann in der Darmschleithaut umgesetzt und dann kommt in das Blut nur noch der Zucker. Und jetzt zeige ich Ihnen, warum weiß und warum braun. Eine Nahrung ohne Ballaststoffe, haben wir gesagt, das sind unsere weißen Zucker und jetzt lassen wir diese weißen Zucker hier mal wandern. Und jetzt achten Sie mal darauf, wie schnell diese weißen Zucker in das Blut kommen. Da ist ja nicht mehr viel umzuwandeln, da ist kein Ballaststoff, der irgendwie hinderlich ist, dass die Darmwand erstmal was arbeiten muss, der weiße Zucker, die ballaststofffreie Ernährung, der Softdrink, alles was in diese Richtung geht, das ist sofort im Blut, das geht sofort durch und wir haben im Blut ganz schnell den Zucker verfügbar. Haben wir dagegen eine Ernährung mit wenig Ballaststoffen, dann dauert das schon etwas länger, denn da muss erst dieser braune Ballaststoffanteil umgearbeitet werden in der Darmschleimhaut und dadurch kommt da pro Zeiteinheit viel weniger ins Blut. Und natürlich, wie soll es anders sein, bei den vielen Ballaststoffen, da haben wir eine noch deutlichere Verzögerung, wenn wir eine ballaststoffreiche Ernährung zu uns nehmen, dauert es deutlich länger, bis der Zucker im Blut ist, das heißt pro Zeiteinheit weniger oder anders besprochen, pro Nahrung kriegt das Blut langsam eben den Zucker zur Verfügung gestellt. Ich fragte vorhin, glykämischer Index, was ist das? Ein glykämischer Index ist ein Maß, der misst, wie schnell die Nahrung bezogen auf Zucker umgewandelt wird. Also, ein glykämischer Index, ein hoher, das wäre hier oben der Zucker und ein niedriger glykämischer Index, das wäre hier unten mit vielen Ballaststoffen. Ein hoher glykämischer Index, die Nahrung ist ganz schnell verwertet im Blut und beim niedrigen glykämischen Index dauert das länger und dann verstehen Sie auch die Aussagen, die wir noch hören, aber jetzt möchte ich Ihnen das Ganze nochmal zeigen, was passiert also mit einer süßen Mahlzeit. Sie essen irgendwas Süßes, wir haben gerade die Marmelade gesehen, viel Zucker drin zum Frühstück und dann geht es ganz schnell, bis der Zucker bei uns im Blut ist. Das können 15, 20 Minuten sein und ein Großteil der Nahrung hat sich schon im Blut angesammelt. Der Zuckerwert im Blut steigt, ist ein sehr schneller Zuckeranstieg und wie soll es anders sein, bei der gesunden Mahlzeit, da läuft das eben viel langsamer ab, da müssen diese Zuckermoleküle mit Ballaststoffen erstmal umgewandelt werden und der Zuckeranstieg im Blut ist also in diesem Fall deutlich langsamer. Die Zeit reicht jetzt nicht, um Ihnen heute die Auswirkungen auf verschiedene Dinge zu zeigen, aber ich erwähne vielleicht eine Studie, man hat festgestellt, wenn Kinder eine gesunde Mahlzeit zu sich nehmen, sind sie deutlich leistungsfähiger, als wenn sie ein süßes Essen haben morgen. Also wenn das Frühstück morgens nur aus süßen Sachen besteht, sind sie in der Schule deutlich schlechter, als wenn sie ein gesundes Frühstück, zum Beispiel Müsli, essen. Und das sehen Sie hier, während es beim anderen vielleicht 30, 40 Minuten dauert, haben sie bei einer gesunden Mahlzeit bis zu 5 Stunden Zucker im Blut. Und jetzt erklärt sich auch die Leistung der Schüler damit, das Gehirn braucht ja regelmäßig Zucker. Wenn der Zucker langsam kommt, dann hat das Gehirn 5 Stunden genug Energie, wenn der Zucker schnell kommt, dann hat das Gehirn eine Stunde lang vielleicht Energie und die anderen 4 Stunden gibt es ein Problem. Was macht man, wenn man ein Problem bekommt? Man kriegt wieder Hunger, man isst wieder was. Also wenn Sie den Tag mit einem ungesunden Frühstück beginnen, brauchen Sie garantiert nach 2-3 Stunden eine Zwischenmahlzeit, weil Sie wieder Hunger kriegen, weil der Zucker schon wieder weg ist. Und das führt in der Summe dazu, dass Sie viel mehr essen, als der Körper eigentlich braucht. Also fangen Sie morgen schon mit einem gesunden Frühstück an und schon ist das Problem nicht mehr so gegeben. Aber es gibt noch eine andere Gefahr, diese Blutzuckerspitzen, dieser schnelle Anstieg des Zuckers nach einer Mahlzeit, führt dazu, dass die Menschen überhaupt krank werden. Die hohen Werte verhindern zum Beispiel, dass man einen Zucker überhaupt gut einstellen kann, während Ballaststoffe aus Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten und Vollkornprodukten die Resorption der Kohlenhydrate verzögern und ein viel ausgeglichener Verlauf im Zuckerhaushalt ist. Und jetzt kommen die Gefahren, diese kurzzeitigen Spitzen belasten das Herz, die Gefäße, sie belasten alle Organe, die müssen damit erstmal fertig werden. Und wenn Sie sich an gestern erinnern, je mehr Zucker pro Zeiteinheit kommt, desto mehr muss die Bauchspeildose schaffen, desto schneller macht sie schlapp. Also das ist eine Art Teufelskreis, den wir hier haben, wenn wir schon beim Frühstück anfangen, das Herz und den ganzen Körperorganismus so zu belasten. Jetzt gibt es da auch sehr wissenschaftliche Studien, das ist eine auch aus diesem Jahr, aus der anerkannten amerikanischen Ernährungszeitschrift, dass eine kohlehydratreiche Nahrung mit niedrigem glykämischen Index, niedrig, also viele Ballaststoffe, als kohlehydratreiche Wahl geeignet ist, wenn auch die weiteren Nahrungsbestandteile geeignet sind. Also um das kurz zu fassen, es geht nicht nur darum, dass die Nahrungsmittel alle einen niedrigen Index haben, sie müssen auch zueinander passen, es hat wenig Sinn, etwas zu essen, was gesund ist und viele andere Sachen dazu, die ungesund sind, dann gleicht sich das wieder aus, beziehungsweise wird es wieder schlechter. Also man muss eine ausgewogene Kombination seiner Nahrungsmittel jeweils haben, damit der Körper nicht überfordert wird. Und inzwischen kennen Sie auch ein bisschen Englisch schon, weil die Fachbegriffe ja meist identisch sind. Hier ist das nochmal schematisch dargestellt, die hohe glykämische Ladung, Last, führt dazu, dass viel Insulin angefordert wird, dass die Beta-Zellen nicht mehr weitermachen können, die versagen irgendwann und das führt zur Überzuckerung. Oder aber, dass hier diese Fettsäuren eine Rolle spielen, die Insulinresistenz, was wir gestern hatten, der Muskel kann nicht mehr das Insulin richtig verwerten und damit kommt der Zucker nicht mehr ins Blut. Und alles das ist also Übergewicht, liegt auch in den Genen und zu wenig körperliche Betätigung. Wir haben also immer wieder die gleichen Probleme, wenn der Körper zu viel Zucker verarbeiten muss. Und mein Frühstück sieht so ähnlich aus, es enthält alles, was man braucht, Mineralien, Vitamine, Eiweiß, Ballaststoff und Kohlehydrate in gesunder Form. Wir haben hier ein Müsli, also Haferflocken, dann haben wir hier das Obst und der Brei hier, der Obstbrei, das sind verschiedene Obstsorten, mit Sojamilch gemischt, durch die Sojamilch haben Sie auch das Eiweiß, was Sie brauchen, eine ganz einfache Sache, so können Sie sich am Morgen schon gleich mal gesund ernähren und gut in den Tag starten. Wie gehen wir nun das Problem an, wie oft wir essen sollen? So sicher nicht. Ich esse nur einmal am Tag, sagt diese Dame. Gut, das ist aber das Problem, wie ich gerade gesagt habe, wenn Sie süß starten, haben Sie immer wieder Hunger, das kommt dem schon sehr nah. Gehen wir also mal zu einer gesunden Ernährung. Die gesunde Ernährung heißt, mehr Obst, Gemüse und Ballaststoffe, deutliche Verringerung fettreicher und zuckerhaltiger Nahrungsmittel, statt gesättigter tierischer Fette, mehr ungesättigte pflanzliche Fette. Das sind also mal ganz grob die Richtlinien, wo sind gesättigte Fette? Die sind fast nur in der tierischen Ernährung, während die ungesättigten gesunden Fette sind in der pflanzlichen Ernährung. Auf dem Speiseplan von Diabetikern fehlt oft Obst. Ich komme gleich noch nach den folgenden Zitaten darauf, wie das aussieht mit dem Obst und der Zuckerkrankheit. Hier noch ein Zitat, auch aus diesem Ernährungsjournal, dem amerikanischen. Die vegetarische Kost, und darum geht es letztendlich, besteht aus einer Mischung natürlicher Produkte und Lebensmittelzubereitungen, die sowohl für die Kohlenhydrat- wie auch Fettstoffwechselstörungen des Diabetes nützlich sind. Es ist anerkannt, dass ihr kombinierter Gebrauch im Rahmen einer vegetarischen Ernährung hochsignifikante Vorteile in Bezug auf den Stoffwechsel für die Vorbeugung und die Behandlung des Diabetes und seiner Komplikationen bietet. Also, der erste Ratschlag heute Abend, wenn Sie Ihren Zucker in den Griff bekommen wollen, oder aber verhindern wollen, dass Sie Zucker bekommen, die vegetarische Kost ist einfach die gesundeste Form der Ernährung, weil sie sehr viele Ballaststoffe enthält, Kohlehydrate in gesunder Form enthält. Und es ist interessant, die Deutsche Diabetikergesellschaft hat 2000 auch Empfehlungen herausgegeben, und das entspricht nicht ganz dem, was vielleicht ein Diabetiker manchmal zu hören bekommt. Hier heißt es, es ist zu betonen, dass die Ernährungsempfehlungen für Menschen mit Diabetes denen sehr ähnlich sind, die auch der Allgemeinbevölkerung zur Erhaltung der Gesundheit empfohlen werden. Deshalb sollte sich die Nahrung für Diabetiker nicht wesentlich von der unterscheiden, die für die ganze Familie empfehlenswert ist. Sie erinnern sich vielleicht daran, es gab Zeiten, das gibt es auch heute noch, da steht in den Regalen der Supermärkte eine spezielle Kost, das steht dann für Diabetiker und da wird dann der normale Tafelzucker durch Fruchtzucker ersetzt und, und, und. Diesem Zitat nach und dem, was Sie bisher gehört haben, können Sie das eigentlich alles vergessen. Es gibt keine spezielle Diabetikerkost. Das, was für jeden Menschen gesund ist, ist auch für einen Diabetiker gesund. Und das ist eine Aussage, die vielleicht einige überraschen wird. Früher hat man immer noch gesagt, man muss weniger Zucker zu sich nehmen oder man muss nach Broteinheiten rechnen. Sie können Ihren Taschenrechner zu Hause lassen, den brauchen Sie nicht mehr. Es geht nicht darum, wie viel Broteinheiten, wie viel Zucker, es geht darum, dass die Nahrung als solches gesund ist und Sie müssen nicht mehr irgendwelche Berechnungen anstellen. Und das haben sich wahrscheinlich auch diese zwei Damen hier gedacht, zu die mindestens die rechts. Sie schimpft immer über die vielen Broteinheiten, also Ihr Arzt meint Sie, deshalb isst Sie nur Kuchen. Also so bitte nicht. Wenn Sie nicht mehr mit Broteinheiten rechnen, Kuchen wäre nicht die Lösung. Aber essen Sie einfach gesunde Sachen. Ja, und damit wären wir mit dem einen Thema so in groben Zügen durch. Die Ernährung ein ganz wichtiger Baustein in der Behandlung und Vorbeugung sowohl der Zuckerkrankheit wie des Übergewichts. Vegetarische Ernährung, alles so gesund wie möglich. Ich könnte Ihnen jetzt noch stundenlang was darüber erzählen, aber das ist heute hier jetzt nicht der Ort und die Zeit dazu. Ich kann Ihnen empfehlen, wenn Sie nachher Interesse haben, auf dem fünften Vortrag von Ludwigsburg ist sehr ausführlich alles das beschrieben, was zu einer gesunden Ernährung noch gehört, was zu einem gesunden Lebensstil gehört. Kommen wir zu den nächsten Standbeinen. Sie haben es schon auf vielen Folien gesehen, neben der Ernährung, die körperliche Betätigung. Und dieser Spruch gefiel mir ganz gut, mahnt der Doktor seinem Patienten gegen ihr Übergewicht hilft leichte Gymnastik. Sie meinen Liegestütze oder so? Nein, es genügt ein Kopfschütteln, wenn man Ihnen etwas zu essen anbietet. Das soll jetzt die Überleitung sein von der Ernährung auf den Sport. Der Fokus von dieser Woche spricht hier von der Heilkraft der Muskeln, fitter, jünger, glücklicher. Sie erinnern sich, der Muskel ist ganz wichtig, wenn er ordentlich funktioniert, baut er den Zucker ab, sorgt für einen ausgeglichenen Zuckerhaushalt. Und man hat Untersuchungen gemacht, das ist eine finnische Studie, die vor einigen Jahren veröffentlicht wurde. Man hat zwei Gruppen gemacht, die eine Gruppe hat ganz normal so gelebt, wie man halt so lebt, wenn man nicht viel tut. Das ist die rechte, die Kontrollgruppe, und die linke Gruppe hat Diät gehalten und Sport getrieben und siehe da, sie haben deutlich an Gewicht abgenommen und nur 11% aus dieser Gruppe haben eine Zuckerkrankheit, während die andere Gruppe, die das nicht getan hat, nur 0,8 Kilo abgenommen hat und über die doppelte Anzahl bekam die Zuckerkrankheit. Also auch in der Vorbeugung, ein ganz wichtiger Punkt, Diät und Sport. Dicke haben mehr vom Training, das ist eine gute Nachricht für die Schwergewichtigen. Es werden umso mehr Kalorien verbraucht bei der körperlichen Betätigung, je schwerer man ist. Kleine Schritte, große Wirkung und jetzt gebe ich Ihnen einfach mal ein paar praktische Beispiele, wie Sie Bewegung in den täglichen Alltag hineinbringen können. Treppe steigen statt Fahrstuhl benutzen, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, spazieren gehen, Hausarbeiten wie bügeln und putzen und Gartenarbeit. Nicht jeder kann alles machen, aber der eine oder andere hat auch Möglichkeiten und wenn Sie allein überlegen, dass erst die hier statt der Benutzung des Fahrstuhls einfach mal zu Fuß hochgehen, das ist auch schon körperliche Betätigung und wenn es drei Treppen sind und Sie oben schnaufen, dann sollten Sie das öfter machen, damit Sie nicht mehr schnaufen, wenn Sie oben an der dritten Treppe sind. Dann fehlt Ihnen einfach Kondition. Es gibt auch Sportarten, die gelenkschonend und trotzdem effektiv sind, da diese Krankheit ja meist im höheren Alter auftritt, kann man natürlich da nicht mehr alles machen, aber man kann zum Beispiel Nordic Walking machen. Das ist eine Sportart, die sehr viel Zulauf findet, die man auch von der Belastung her individuell einstellen kann. Sie müssen ja nicht gleich bei den Schnellsten sein, wenn Sie anfangen, machen Sie halt langsam. Hauptsache Bewegung. Sie können schwimmen gehen, auch eine sehr gesunde Sportart, vor allem auch für den Rücken. Sie können Aquafitness machen, also Bewegungsübungen im Wasser zum Beispiel. Sie können Fahrrad fahren und wer Lust hat, der kann auch tanzen gehen, auch da kann man das Tempo weitestgehend bestimmen. Es gibt also Sportarten, die durchaus schonend sind und die Sie durchaus jeden Tag zwei-, dreimal, nicht aber einmal am Tag und vielleicht doch dreimal, viermal die Woche machen sollten, damit Sie fit bleiben oder fit werden. Und das ist das, was diese Aussage hier wiedergibt. Drei- bis viermal pro Woche leichte körperliche Aktivität vor mindestens 30 Minuten, zum Beispiel ein schneller Spaziergang und Treppe laufen statt Fahrstuhl fahren. Eine Stunde täglich auf den Füßen, das Diabetesrisiko sinkt um ein Drittel. Also auch die vorbeugende Maßnahme hier wieder, wenn Sie den Zucker in den Griff bekommen wollen oder aber sich vor Zucker schützen wollen, mehr Bewegung. Folge der Adipositas-Therapie lässt sich halten. Drei Jahre nach der Übergewichtstherapie bleibt der Erfolg vor allem bei denen erhalten, die körperlich aktiv sind. Also wenn Sie schon einmal abgenommen haben, dann sollten Sie auf jeden Fall dabei bleiben, sonst kann wieder das Gegenteil passieren. Ja, und diese Dame, nehme ich an, ist das erste Mal, in diese Beratung zu kommen, so grimmig, wie sie da schaut. Die hat noch nicht gehört, wie wichtig die Bedeutung der sportlichen Betätigung ist. Lebensstiländerung ist Basis für eine erfolgreiche Therapie. Was ist Lebensstiländerung? Da gehören Dinge zu, die wir zum Teil ja schon betrachtet haben, aber es geht nicht so, wie hier Professor Zunft geschrieben hat. Auf der Suche nach der für ihn optimalen, gesundheitsfördernden Ernährung folgen Verbraucher allzu bereitwillig angeboten, die ein rasches und durchschlagendes Ergebnis verheißen. Denn es erscheint einfacher, sich durch eine kurzfristige Maßnahme mit überschaubarem Aufwand vermeintlich in den Zustand der Gesundheit hineinzutherapieren, als dauerhaft den Lebens- und Ernährungsstil zu ändern. Und das ist es, worauf es ankommt. Sie müssen dranbleiben. Sie können nicht sagen, ich mache jetzt mal eine Woche Sport, Sie nehmen ein Kilo ab und dann war es das. Täglich oder mehrmals wöchentlich diese Dinge, die Sie für sich entschieden haben, auch umsetzen. Wenn Sie heute so an den Kiosk vorbeikommen oder an den Zeitungsauslagen in den Supermärkten, es gibt keine Woche, wo nicht irgendeine neue Diät angepriesen wird. Und das ist das, was er hier so ein bisschen anprangert. Der Weg des geringsten Widerstandes, den die Menschen gerne gehen, führt halt oft in eine Sackgasse. Diäten, Diäten, Diäten. Die Boulevardpresse ist voll davon. Es gibt eine Osterdiät, eine Weihnachtsdiät, eine Sommerdiät. Es findet immer sich eine passende Titelzeile und wenn Sie mal dahinter schauen, es müsste ja nicht jedes Mal wieder geschrieben werden, wenn mal eine Diät wirklich geholfen hätte. Vergessen Sie Diäten, machen Sie das, was wir gesagt haben, gesunde Ernährung, körperliche Betätigung. Und das ist auch hier, die Diabetesprävention, eine Lebensstiländerung ist wirklich effektiv. Ich werde Ihnen dann nachher noch einiges zu sagen. Und vor allem, die Lebensstiländerung macht Arzneien Konkurrenz. Gesunde Ernährung und Sport verringern das Risiko um 50%. Wenn Sie diese Dinge tun, brauchen Sie wahrscheinlich gar keine Medikamente oder wenn Sie schon Medikamente haben, können Sie durchaus auch den Teil davon wieder vergessen. Auch hier ein Zitat aus dieser internationalen Zeitschrift. Auch beim metabolischen Syndrom gilt das gleiche, vermehrter Verzehr von Obst und Gemüse. Diätempfehlung für vermehrtentäglichen Verzehr von Obst und Gemüse als Primärprävention gegen Herz- und Gefäßkrankheiten. Es geht nicht anders. Ja, und wenn es dann wirklich soweit sein sollte, dass es gar nicht geht oder dass Sie schon in diesem Stadium sind, dass Sie einen ausgeprägten Zucker schon haben, dann muss man unter Umständen natürlich auch mal Medikamente einsetzen und ich möchte das kurz hier erwähnen, das ist hier weniger wichtig. Hier haben wir eine Übersicht, wo kann man denn jetzt einsetzen? Und Sie können das sich fast schon vorstellen nach den Grundlagen, die Sie bekommen haben. Wir können zum Beispiel an der Bauchspeichelduse einsetzen, dass wir Medikamente nehmen, die die Insulinsekretion der Bauchspeichelduse, der Beta-Zelle steigern. Wir können ansetzen, dass der Muskel wieder mehr Zucker aufnimmt, wenn er durch die freien Fettsäuren und andere Dinge daran behindert wird. Wir können auch am Darm ansetzen, dass die Kohlehydrate nicht ganz so schnell in das Blut gehen, dass also die Resorption, die Aufnahme des Zuckers aus dem Darm verzögert wird und wir können dafür sorgen, dass die Leber, die ja ein Zuckerspeicher ist und den Zucker auch wieder freisetzen kann, eben verringert Zucker speichert beziehungsweise freisetzt. Und für alle diese Ansätze gibt es die verschiedensten Medikamente, wer Zucker hat, der kennt vielleicht das, die Smetformin ist zum Beispiel sehr verbreitet und hier wird es auch, das wirkt an zwei Stellen und die anderen Mittel, die Srosiglitation oder Repaglinid, die Glinide, das sind relativ moderne Mittel, sehr teuer, werden nicht gerne verschrieben, aber haben auch ihre Daseinsberechtigung in der Behandlung der Zuckerkrankheit. Was ist nun, wenn einer schon Insulin spritzen muss? Und hier ist auch ein interessantes Zitat aus der vergangenen Woche, was auch ein bisschen das belegt, was man so in der Praxis erfährt. Die Sterbensrate bei Diabetikern, die Insulinspritzen, ist höher als bei denen, die sich mit Tabletten behandeln. Jetzt können Sie natürlich, wenn kein Insulin mehr da ist, das durch nichts ersetzen. Aber Sie sollten halt schauen, dass Sie gar nicht erst insulinpflichtig werden, dann ersparen Sie sich viele Folgen, die sich daraus ergeben, wenn die Bauchspeildose gar nichts mehr produziert. Dann kommt das, was als letztes übrig bleibt. Wenn man also so schwergewichtig, übergewichtig ist, dass nichts mehr hilft, dann ist die Chirurgie der einzige Ausweg. Für viele Betroffene ist es wirklich die einzige Lösung und man kann 20 Lebensjahre gewinnen, wenn man sich dann chirurgisch sein Problem lösen lässt. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten und ich möchte das hier nur ganz kurz ansprechen. Es gibt natürlich viele Risiken, denn was gemacht wird, ist, dass man den Mageneingang abbindet und damit verhindert, dass da richtig was rein kann. Man hat nicht so viel Appetit, man kann nicht so viel essen und das führt dazu, dass der Körper eben sich von seinen Fettdipos ernähren muss, weil die Nahrungsaufnahme deutlich verringert ist. Hat einige Probleme, wie gesagt, lässt sich in Deutschland inzwischen recht gut operieren, es gibt gute Erfolge, aber das wird erst gemacht, wenn wirklich alle anderen Verfahren versagt haben. Da sage ich mir, lieber vorbeugen als unter das Messer der Chirurgen. Ja, und wie sieht es mit der Vorbeugung aus? Was können wir tun? Wie retten Sie sich vor Diabetes? So stand es letztes Jahr im Fokus. Eine Studie auch dieses Jahr veröffentlicht, aber es gibt viele dieser Art schon aus den Vorjahren. Der Verzehr von Hülsenfrüchten, besonders Sojabohnen, steht im umgekehrten Verhältnis zum Risiko an Diabetes, Melitus Typ 2 zu erkranken. Ballaststoffreiche Ernährung schützt vor Typ 2 Diabetes. Und dieses lange Zitat möchte ich kurz fassen. Es wird klar, dass nicht die Ausschaltung freier Radikale durch Antioxidantien, sondern besser die Verhinderung ihrer Entstehung zum Ziel führt. Also, Vorbeugen ist besser als Behandeln. Wenn wir zu viele freie Radikale, diese ROS, diese aktiven Sauerstoffverbindungen haben, müssen wir die ja irgendwie loswerden. Aber es ist immer noch der bessere Weg, gar nicht erst das Kind in den Brunnen fallen zu lassen, als wenn man es nachher rausholen muss. Und das ist das, was Ihnen auch sitzen bleiben soll, wenn Sie mit diesen ganzen Problemen konfrontiert werden. Jungs brauchen mehr Bewegung als Mädchen, um nicht dick zu werden, also Vorbeugung schon im Kindesalter. Die Kinder sollen schon beginnen, sich körperlich zu betätigen. Und im Zeitalter von Fernsehen und Computerspielen fällt es ja nun wahrlich schwer, ein Kind nach außen zu bringen, in die frische Luft, in die Bewegung zu bringen. Das wird halt lieber mit dem Joystick vor dem heimischen Computer gemacht. Das ist die einzige Bewegung. Ja, dann sollten Sie auch wissen, dass bestimmte Medikamente zu einer Gewichtszunahme führen können. Hier sind vor allem die Antidepressiva zu nennen, die eben, wenn sie halt erforderlich sind, doch meist diese nicht so gern gesehenen Auswirkungen haben. Interessant, dass Stillen vor Fettpolstern schutzt. Und zwar werden Kinder möglichst lange gestillt, entwickeln sie später weniger häufig Übergewicht als Kinder, die weniger gestillt werden und hier heißt es, Stillen scheint bei Jungen eine genetisch oder stoffwechselbedingte Prägung in Richtung höheres Körperfett auszugleichen, die aus dem Übergewicht der Mutter resultiert. Übergewichtige Mütter gewähren oft übergewichtige Kinder. Kinder mit der genetischen, mit der vererbten Veranlagung zum Übergewicht. Je länger sie also ein solches Kind stillen, desto weniger ist die Gefahr zu sehen, dass diese Kinder dick werden. Und das, was ich gerade schon sagte, frühe körperliche Aktivität ist sehr wichtig, schon in den ersten Lebensjahren. Kinder, die im Grundschulalter wenig körperlich aktiv sind, haben ein bis zu sechsfach erhöhtes Risiko, als Teenager ein metabolisches Syndrom zu erwickeln. auch hier heißt es, sind die Eltern gefordert, sind die Schulen gefordert, ist eigentlich auch der Staat gefordert. Ja, und das ist das, was wir ja schon betrachtet haben, die Bedeutung des Muskels, die zentrale Rolle der Skelettmuskulatur und ihrer Stoffwechselkapazität bei der Entstehung von Wohlstandserkrankungen unterstreicht für den Menschen, tägliche körperliche Aktivität aufrechtzuerhalten. Und auch eine interessante Studie, dass, wenn man vor dem Fernseher sitzt, es einen dazu verführt, mehr zu essen. Wer sitzt nicht gerne abends vorm Fernseher und dann wird irgendwas schon mal so genascht, ja, und wehe, da ist nichts in der Schublade im Schrank, was man naschen kann. Dann geht man grimmig ins Bett. Wäre das Bessere. Die vier Bs, Risiko fürs Herz, Hier wird aufgezeigt, aus vielen Studien ist das berechnet, wozu die einzelnen Bs führen. Erhöhter Bauchumfang hat ein 4,5-faches Risiko für Herzinfarkt. Bluthochdruck hat ein 2,25-faches Risiko. Die Blutfette 3,7-fach und der Blutzucker 4,3-fach fast. Und ich möchte Ihnen jetzt anhand eines Beratungsprogramms, was wir auch bei uns in der Praxis einsetzen, einmal zeigen, wie Sie Ihr persönliches Risiko berechnen können und wie Sie dieses Risiko vermindern können. Und das ist eine ganz interessante Sache, weil es sehr einprägsam ist für die Betroffenen. Man füttert also das Programm mit den individuellen Daten und Sie sehen jetzt hier auf dieser Folie, das ist das 10-Jahres-Risiko für Tod durch Herz-Kreislauf-Erkrankung, das ist das 10-Jahres-Risiko für den Herzinfarkt und das ist das Risiko für Herzinfarkt oder Tod durch zum Beispiel Flachanfall oder ähnliche Dinge. Und Sie sehen jetzt hier, ich habe hier mal einen ganz schlimmen Patienten eingetragen. Der raucht 30 Zigaretten am Tag, der hat einen BMI von 32, der macht kaum was an Sport, der hat einen erhöhten Blutdruck, das Gesamtcholestrin ist erhöht, das gute Cholestrin ist zu niedrig und das schlechte Cholestrin ist zu hoch. Und bei dieser ungünstigen Konstellation hat er also ein Risiko von 36% innerhalb von 10 Jahren zu sterben. Oder 64% an also das ist hier nur das an Gefäßleiden oder hier an Herzinfarkt oder koronare Herzkrankheit zu sterben. 64% 10-Jahres-Risiko für Herzinfarkt 70%. So, was können wir jetzt tun, um dieses Risiko zu mindern? Und ich fange mal hier an und nehme mal seinen Blutdruck und ich nehme jetzt diesen Blutdruck und normalisiere den und da sehen Sie, da oben sieht das schon besser aus. Dann gehe ich mal dabei und verringere seinen Cholesterinwert in einen grünen Bereich, dabei muss ich aber auch das schlechte Cholesterin senken und ich erhöhe das gute Cholesterin und Sie sehen, was allein diese Veränderung der Ernährung in dem Falle ausmacht. Ich habe noch nicht die Bewegung verringert und ich habe noch nicht das Rauchen abgestellt. Wenn ich diesen Patienten jetzt auch dazu bringe, dass er mehr körperlich aktiv wird, geht das Risiko weiter runter, wo ich ihn dann auch noch überzeugen kann, dass er seinen Zigarettenkonsum einstellt, hat er fast kein Risiko mehr. Das ist sehr beeindruckend, wenn ich Patienten das so zeige in der Sprechstunde und sage, da können Sie was tun, denn diese ganzen Dinge da unten habe ich selbst in der Hand. Was natürlich auch ist, wenn der das alles getan hat, natürlich geht sein Gewicht auch runter. Aber Sie sehen, den Einfluss der einzelnen Faktoren, das ist nach Studien ausgewertet worden, das sind zigtausende von Patienten, die hier einfließen, das ist eine sehr verlässliche Aussage, was diese einzelnen Faktoren bewirken. Also wenn einer noch weiterhin raucht, steigt das Risiko, ich gehe jetzt das Ganze wieder rückwärts, wenn sein Körpergewicht steigt, wenn er wieder weniger tut, wenn der Blutdruck weiter steigt, wenn die Ernährung so schlecht ist, jeder dieser Faktoren, das gute Cholesterin runter und das schlechte hoch und er ist wieder so schlecht dran, wie er war. Das soll Ihnen ein wenig zeigen, wie Sie es in der Hand haben, Ihr persönliches Risiko zu bestimmen, Ihr Risiko vorzeitig zu sterben. Wir werden jetzt also uns noch ein wenig weiter beschäftigen mit anderen Dingen und zwar habe ich hier gerade das Rauchen dabei gehabt und gestern war das in ärztlicher Praxis online und das ist eine interessante Sache, die ich Ihnen nicht vorenthalten wollte, eine Untersuchung, die eigentlich jetzt mehr für Jugendliche ist, aber Sie, die Sie älter sind, haben sicher Kinder, denen Sie das dann rüberbringen können. Bislang galt, dass Raucher im Durchschnitt eine um zehn Jahre geringere Lebenserwartung haben, aber wie wir jetzt wissen, gilt das nur für diejenigen Raucher, die erst im Erwachsenenalter mit dem Zigarettenkonsum begonnen haben, erklärte Professor Stefan Andreas. Wer bereits im Alter von 14 oder 15 Jahren mit dem Rauchen anfängt, verkürzt seine Lebenserwartung möglicherweise um mehr als 20 Jahre. Das ist ein Teil des Zitats. Je früher mit dem Rauchen begonnen wird, umso stärker nikotinabhängig werden die Betroffenen. Das ist auf die größere Neuroplastizität bei Heranwachsenden zurückzuführen, deren Gehirne sich ja noch in der Entwicklung befinden. Bei manchen fräst sich die Sucht quasi so tief in das Gehirn, dass sie diese ihr Leben lang nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Also hier ist es wichtig, je früher man mit einer Sucht anfängt, desto mehr bleibt sie im Gehirn erhalten und kann nicht mehr wirklich gelöscht werden. Nicht mit normalen medizinischen oder anderen Mitteln. Ein starker Wille allein reiche dann oft nicht mehr aus, um die Hürde des Aufhörens zu meistern. Mittlerweile ist auch bekannt, dass Nikotin das Gehirn nachweislich verändert und schädigt. So versuchen viele Raucher stressmangelnde Konzentrationsfähigkeit oder Depressionen durch den Konsum von Nikotin zu lindern. Die erzielten Effekte durch das Nikotin sind allerdings nur ganz kurzfristig wirksam. In Wahrheit und langfristig gesehen werden Stresskoleranz und kognitive Leistungsfähigkeit immer schlechter und das Risiko für Depressionen immer größer. Je früher mit dem Rauchen begonnen wird und je mehr Zigaretten geraucht werden, umso eher im Leben entwickelt sich anfangs unbemerkt eine COPD. Eine COPD, das ist eine chronisch objektive Atemwegserkrankung. Da werden die Bronchien immer dichter, man bekommt schlecht Luft und man muss dann auf jeden Fall als Dauertherapie entsprechende Medikamente nehmen. Ab einem bestimmten Punkt sind die Entzündungsprozesse in der Lunge nicht mehr umkehrbar, warnt Welte. Und hier schließt sich der Kreis wieder zu dem, was wir schon gesagt haben, die Entzündungsprozesse in der Lunge. Das, was in der Bauspalldose in der Petazelle geschieht durch die reaktiven Sauerstoffverbindungen, genau das gleiche passiert auch in der Lunge. Ein Zigarettenrauch, also einmal inhalieren aus einer Zigarette hat mehrere Millionen dieser ROS, dieser reaktiven Sauerstoffmoleküle und die bleiben eben nicht nur in der Lunge, die gehen natürlich übers Blut auch in andere Körperregionen, deswegen ja auch die große Gefahr, was wir vorhin hatten für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Der Herzinfarkt ist bei Rauchern deutlich häufiger, weil auch dort die Gefäße im Herzen geschädigt werden. Also der gleiche Ursprung, diese oxidative Belastung, der oxidative Stress auch durch das Rauchen und erschreckend für mich war eben hier, dass wenn man früh anfängt, das Lebensalter bis 20 Jahre verringert werden kann. Die teuerste chronische Krankheit kostet 60 Milliarden Euro Jahr für Jahr. Das stand hier über den Diabetes, aber ich möchte Ihnen jetzt eine Frage stellen, welche Erkrankung kommt denn den Staat, wenn wir alle Kosten von der Geburt bis zum Tod mit einbeziehen am teuersten. Das heißt, welcher Patient ist volkwirtschaftlich gesehen die größte Belastung? Ist das der Raucher? Ist das der Diabetiker? Ist das der Übergewichtige? Was meinen Sie? Übergewicht. Raucher. Weitere Antworten? Okay, lassen Sie sich überraschen, was bei dieser Frage herauskommt. Früher Fetttot erfreut den Staat, die dünnen Kosten am meisten. Raucher und Dicke für das Gesundheitswesen gut. Stand auch die Woche bei uns in der Zeitung, aber die Untersuchung wurde schon vor einigen Wochen im Handelsblatt veröffentlicht. Gesund und schlank kommt den Staat teuer. Raucher und Übergewichtige belasten die staatliche Gesundheitsfürsorge weniger stark als vielfach vermutet. Eine aktuelle Erhebung niederländischer Wissenschaftler belegt, wirklich teuer für das Gesundheitswesen sind die Gesunden. Ja, jetzt staunen Sie genauso wie ich. Woran liegt das? Warum sind die Gesunden für das Gesundheitswesen teurer? Weil sie lange leben. Ja, weil sie einfach zu lange leben. Das passt dem Staat nicht. Die Rente zahlen so lange. Ja, genau. Und das ist sehr interessant. Jetzt sind Sie mal Politiker und treffen Sie die Entscheidung zum Wohle des Volkes. Also es ist nicht einfach. Kurz noch die Hintergründe, was diese Studie hier ausgemacht hat. Gesunde, schlanke Menschen haben der Erhebung zufolge eine durchschnittliche Lebenserwartung von 84 Jahren. Raucher kommen auf rund 77 Jahre. Übergewichtige auf etwa 80 Jahre. Beide Gruppen neigten stärker zu Herzkrankheiten als die gesund lebende Vergleichsgruppe. Klar, haben wir jetzt lange genug betrachtet. Krebserkrankungen traten, abgesehen von Lungenkrebs, ist bei allen dreien gleich häufig auf. Diabetes wurde am häufigsten bei den Übergewichtigen festgestellt. Die Gesunden hatten die meisten Schlaganfälle. Also wenn dann ein Gesunder stirbt, dann ist es ja, gleich vorbei oder es wird dann doch noch ein bisschen teurer, denn nach dem Schlaganfall kann man lange überleben, ist im Pflegefall, verursacht sehr viele Kosten. Ja, das hätte auch keiner gedacht. Ich war auch sehr erstaunt über diese Aussagen dieser Studie. Was können wir denn jetzt tun zur Vorbeugung? In der EU sind knapp 22 Millionen Kinder übergewichtig. Jährlich kommen ungefähr 400.000 dazu. Brüssel will mit Gesetzen bessere Produktkennzeichnung erzwingen. Und jetzt kommen wir zum ganz interessanten Thema, das auch mit in dieses diese ganzen Thematik Übergewicht und Zuckerkrankheit hört. Verbote von Softdrinks in Schulen. Wir haben es vorhin bei dem Arnold Schwarzenegger in Kalifornien schon gehört. Keine Fernsehwerbung für Vorschulkinder und Salat sollte man billiger machen als Pommes. Das sind praktische Ratschläge, die hier gegeben werden. Ärzte fordern ein einfaches Leitsystem für kalorienarme Lebensmittel. Und jetzt gebe ich Ihnen mal ein Zitat aus einer Studie, die die Bundesregierung vor einigen Jahren in Auftrag gegeben hat. Ich lese das mal vor. Das Problem der Fettleibigkeit, des Übergewichts und den daraus resultierenden Folgeerkrankungen nimmt deutlich zu. Klar, haben wir gehört, haben wir viele Zitate zu gesehen. Die Ursachen hierfür sind neben einer gewissen Veranlagung der Energieüberschuss, der bei Kindern und Jugendlichen mit den geänderten Ernährungsgewohnheiten und Lebensbedingungen zusammenhängt. Es wird zu viel Energie zugeführt, obwohl aufgrund der bewegungsarmen Freizeitgestaltung weniger gebraucht wird. Lebensmittel mit hoher Energiedichte bei geringem Sättigungswerk und hungersteigernder Wirkung durch die Zusammensetzung sind problematisch, insbesondere die als regelmäßige zwischen Mahlzeit verzehrten Snacks, Riegel, Fast Food und Softdrinks sind hinsichtlich dieser Faktoren als äußerst bedenklich einzustufen. Genau die Dinge, die wir hatten mit unserem Zucker, zwei weiße Zuckerle sofort im Blut, das Insulin geht hoch, der Zucker sinkt, nach zwei Stunden haben Sie wieder Hunger, weil das Gehirn sagt, ich brauche wieder was, der Zucker im Blut ist schon wieder verbraucht, also wird wieder gegessen. Süße Mahlzeiten die Gefahr. Snacks, Riegel, Fast Food, Softdrinks, was hier steht. Das ist eine Studie, die von dem Bundesministerium in Auftrag gegeben wurde, 2005 wurde das dann veröffentlicht. Ich könnte Ihnen aus dieser Studie viele Seiten zitieren, die alle ähnliche Aussagen machen, es werden in der Studie sogar ganz konkret Firmen genannt und ihre Produkte, die in dieses Raster hier reinkommen, die für Kinder gefährlich sind und ich möchte nur mal ein Beispiel hier nehmen. Wie wird das beworben? Was wird im Fernsehen gesagt zu der Milchschnitte? Die gesunde Mahlzeit zwischendurch. Das sind drei Falschaussagen, sie ist nicht gesund, sie ist eigentlich keine Mahlzeit und zwischendurch soll man nicht essen. Ja, zwischen den Mahlzeiten. Aber sowas bleibt bei den Kindern hängen, Sie brauchen es nur jeden Tag im Fernsehen sehen, die Kinder in der großen Pause besorgen sie sich eine Milchschnitte. Typisches Beispiel für Werbung. Ja, die Werbung bestimmt, was gemacht wird. Die Bundesregierung gibt Studien in Auftrag, die dafür warnen, drei Jahre ist das schon her, was ist passiert? Die Werbung existiert immer noch. Keine Werbung für Süßes und ich beneide manchmal die Franzosen, nicht nur in dieser Beziehung. Mit vier Maßnahmen will die französische Regierung gegen Übergewicht bei Kindern vorgehen, kündigte Gesundheitsministerin Bachelot an. So darf ab April im Kinderprogramm der Fernsehsender dafür bestimmte Nahrungsmittel wie Süßigkeiten nicht mehr geworben werden, wie die medizinische Tageszeitung jetzt online berichtet. Die Details sollen Anfang März auf einem Treffen von Vertretern der Regierungs Nahrungsmittelindustrie, Verbrauchern, Wissenschaftlern und Fernsehsendern abgestimmt werden. Die zweite Maßnahme betrifft die großen Supermarktketten. An den Kassen dürfen keine Süßigkeiten mehr angeboten werden. Kennen Sie ja, da wo die Kinder eben warten müssen, bis sie dran sind mit den Eltern, da liegen die Süßigkeiten. Dann sollen neue Richtlinien für gesundes Essen für die Schulkantinen ausgearbeitet werden. Und schließlich wollen die Ministerinnen für Gesundheit, Landwirtschaft und Wirtschaft gemeinsam eine Analyse zur Nahrungsmittelqualität in Auftrag geben. Und so weiter und so fort. Einfache Maßnahmen, andere Länder reagieren, wir machen große Studien, kommen zu Ergebnissen und leider passiert nicht allzu viel. und hier noch ein kleines Beispiel, um dieses Thema abzuschließen hier, über Kundenaufklärung. Die normalen Cornflakes, die Sie überall kaufen können, von verschiedenen Herstellern, müssen ja auch wie jedes Nahrungsmittel in Deutschland deklariert werden. Und zwar ist es die Vorschrift, dass die Inhaltsstoffe der Menge nach angegeben werden müssen. Also an erster Stelle muss das stehen, was am meisten in diesem Nahrungsmittel ist und dann so weiter bis zum Ende. hier steht bei Mais 60 Prozent. Dann kommt der braune Zucker, warum steht da keine Prozentangabe hinter? Dann kommen die Erdnüsse, dann kommt schon wieder der Zucker, dann kommt der Honig, den meint man ja, der sei gesund, deswegen schreiben Sie da wieder die 2-Prozent-Hilter, dann kommt der Glucosesirup. Schon interessant, wie der Verbraucher über den Tisch gezogen wird. Hier sind 4 verschiedene Zucker drin, oder 5, wenn Sie den hier doppelt nehmen. Wenn man jetzt das richtig schreiben würde, dann würde hier stehen Mais, 60 Prozent, Zucker, Sie können ja mal das andere hier abziehen, die paar Vitamine, bei Zucker stehen dann vielleicht 38 Prozent. Dann würde man zum Nachdenken kommen, aber so wirkt das ja unheimlich gesund. und so werden wir als Verbraucher immer wieder irregeführt und das jetzt für ein Nahrungsmittel, was als allgemein gesund gilt. Cornflakes zum Frühstück. Ja, so sieht es halt aus. Und jetzt möchte ich Ihnen etwas zeigen, das ist eine Studie über Langlebigkeit, die Ihnen ein wenig zeigen soll, ich habe ja im Untertitel auch gehabt, Anti-Aging, langes Leben, die wurde in Auftrag gegeben oder veröffentlicht im November 2005, vom National Geographic Institute in den USA und zwar hat man die Bewohner von Okinawa, Sardinien und Loma Linda in Kalifornien befragt und hat festgestellt, die leben länger und sind gesunder als irgendjemand sonst auf dieser Erde. Was wissen diese Leute, was andere vielleicht nicht wissen, warum man so lange lebt? Und da war jetzt die Frage gestellt, liegt das am Wasser, an der Nahrung, was ist der Grund für die auffällig vielen Menschen in hohem Alter in Okinawa, Sardinien und Loma Linda und jetzt begleiten wir mal den Fotografen David McLean auf seiner Reise um den Globus zu den Hundertjährigen und entdecken Sie die einfachen Antworten auf eine komplizierte Frage. Ich heiße David McLean und habe drei verschiedene Kulturen der Langlebigkeit in Okinawa, Japan, Sardinien, Italien und Loma Linda besucht. Wir haben an jedem dieser Orte einige Zeit verbracht, um mehr über die jeweilige Kultur der Langlebigkeit zu lernen und die genauen Gründe herauszufinden, warum die Menschen dort auch noch in einem Alter über 100 vital und gesund sind. Als erstes haben wir Sardinien besucht. In dieser Gegend leben die Männer genauso lang wie die Frauen, was ein unglaubliches Phänomen ist. Die Wissenschaft ist sich nicht ganz sicher, warum das so ist, aber eine Theorie besagt, dass die Männer deswegen so lange leben, weil die Frauen die Hosen anhaben und die Männer deshalb weniger Stress haben. Außerdem entwickeln die Bewohner Sardiniens einen beispiellosen Eifer für ihre Familien. Wir besuchen eine Familie, wo gerade vier Generationen zusammen waren. Sie treffen sich jedes Wochenende und veranstalten so ein riesiges Essen für alle. Diese soziale Komponente ist für die Langlebigkeit sehr wichtig. Als ich bei dieser Familie saß, dachte ich mir, das ist es, was das Leben und die Familie eigentlich ausmachen. Aber die Kulturen der Langlebigkeit auf Sardinien verschwinden immer mehr. Die Wurzel des Problems ist der Abschied vom traditionellen und naturbelassenen Essen in Verbindung mit einem ruhigen, stressarmen Lebensstil. Wir haben eine fast 100-jährige Frau und ihre Urenkelin besucht. Später sahen wir, wie dieselbe Urenkelin Kartoffelchips gegessen hat und haben uns gefragt, ob sie wohl auch so lange leben wird wie ihre Urgroßmutter. Und jetzt gehen wir also nach Okinawa. Okinawa ist ein Archipel ganz im Süden von Japan. Dort wohnen die ältesten Menschen auf diesem Planeten. Wir haben viele Menschen getroffen, die über 100 Jahre alt sind und noch immer sehr aktiv und gesund leben. Die 90-Jährigen fahren noch Fahrrad und fischen 8 Meilen vom Ufer entfernt dem Riff, indem sie alte Tauchtechniken einsetzen. Wir haben eine beeindruckende Frau getroffen, die über 100 Jahre alt ist. Sie heißt Kamara und war ein Amoi. Dieses Wort ist der Ausdruck für eine Gruppe von Freunden, die gemeinsam durchs Leben gehen und sich gegenseitig helfen. Ich bin davon überzeugt, dass die Energie und Vitalität, die sie dadurch bekommen, mit ein Grund für ihre Langlebigkeit ist. Die Leute von Okinawa haben ein schönes Wort, das Ikigai heißt und so viel wie der Grund, warum man morgens aufwacht, bedeutet. Ich glaube, dass auch das ein Grund ist, warum sie so lange leben. Ein wichtiger Grund für die Langlebigkeit der Menschen von Okinawa ist die Tatsache, dass sie wenig Kalorien zu sich nehmen. Interessanterweise essen sie aber sehr viel. Das Geheimnis ist, dass die Nahrung, die sie zu sich nehmen, eine sehr geringe Kaloriendichte aufweist. Da gibt es zum Beispiel diese wunderbare Mesosuppe, die aus Karotten, Seegras, Zwiebeln und Kartoffeln besteht. Wie die Leute auf Sabinien bauen auch die Menschen von Okinawa sehr viel selbst im Garten an und kaufen wenig im Geschäft ein. Aber auch Okinawa verliert seinen Langlebigkeitsvorsprung. Okinawa hat die höchste Fettleibigkeitsrate in ganz Japan. Es war für uns sehr schockierend und auch beunruhigend zu sehen, wie diese Kultur der Langlebigkeit vor unseren Augen verschwindet. Was mich bei meinen Nachforschungen am meisten überrascht hat, war die Tatsache, dass siebenten Tagsadventisten ihre amerikanischen Mitbürger um etwa zehn Jahre überleben. Warum ist das so? Ganz einfach. Siebenten Tagsadventisten, die zu einem Großteil Loma Linda bevölkern, haben eine Religion, die positive, gesunde Verhaltensweisen verstärkt. So ist man als frommer siebenten Tagsadventist Vegetarier, Nichtraucher, trinkt kein Alkohol und nimmt sich jeden Samstag einen Sabbat, an dem man einen ganzen Tag lang entspannt. Wir haben dort viele unglaublich interessante Leute getroffen. Am unglaublichsten war eine Frau, die Marstetten heißt. Sie ist gerade 100 geworden und hat ihren Führerschein erneuert. Also haben wir eine Fahrt mit ihr gemacht. Vorher mussten wir allerdings noch ihrer morgendlichen Routine beiwohnen, die daraus besteht, dass sie Gewichte hebt und auf einem Heimträmer Fahrrad fährt. Interessanterweise sind die siebenten Tagsadventisten die einzige Kultur der Langlebigkeit, die wir besucht haben, die ihren Langlebigkeitsvorsprung nicht verliert. Ich habe in der Gemeinde dort eine Taufe fotografiert und dachte mir, das ist wirklich ein perfektes Beispiel dafür, warum diese Religion weiter wächst und Bestand hat. Es liegt an dir. Ich glaube, dass wir in Amerika dazu neigen, alte Menschen aufs Abstellgleis zu schieben. Wir geben sie ins Altersheim, aber diese beeindruckenden Menschen in drei verschiedenen Kulturen zeigen, dass es möglich ist, die eigenen Urenkel aufwachsen zu sehen und auch im Alter gesund und glücklich zu sein. Das war für mich persönlich die größte Einsicht, die ich durch dieses Projekt gewonnen habe. Ich habe erkannt, dass ich die Verantwortung und Kontrolle über mein Leben habe aufgrund der Entscheidungen, die ich treffe. Ich habe gelesen, dass unsere Gene nur etwas 30% unserer Lebenserwartung ausmachen. Der entscheidende Faktor ist also unser Lebensstil und der ist unsere eigene Entscheidung. So, das war eine beeindruckende Darstellung eines natürlich Nicht-Adventisten, der die Langlebigkeit auf dieser Welt untersucht hat. Und interessant auch für mich war, dass die Leute dort, die er auch besucht hat, die anderen Leute alle den westlichen Lebensstil Mörderwinke angenommen haben und dadurch bedingt jetzt auch nicht mehr so alt werden. Und wir müssen uns also jetzt überlegen, was wir eben machen wollen. Sie haben zum Schluss gehört, jeder bestimmt es selber. Was hat denn die sieben Tags-Adventisten letztendlich unterschieden? Warum leben sie so gesund? Und ich gebe hier ein Zitat, die sieben Tags-Adventisten wurden durch die göttliche Vorsehung veranlasst, vernünftige Gesundheitsreformen in die religiösen Grundlehren hineinzunehmen. Und zwar in einer Zeit, in der solche Gesundheitsgrundsätze nicht bekannt waren. Es war ungefähr so um 1860, 70 rum, als ein Teil unserer Lehre darin bestand, die Menschen wieder auf gesunde Lebensweisen hinzuweisen, auf Gesundheit sehr viel Wert zu legen auf einen vernünftigen Lebensstil und das hat sich ausgezahlt. Dadurch sind die Adventisten, wie wir gerade gehört haben, zehn Jahre älter geworden als die Durchschnittsbevölkerung in zum Beispiel Kalifornien. Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, dieses alte Wort noch aus römischer Zeit gilt also auch hier. Was sind denn die Dinge, die anders sind? Es sind zum Beispiel Wassertherapien, der Aufenthalt an frischer Luft mit Sonne, Ruhepausen sich zu gönnen, Mäßigkeit in allen Dingen und eben diese gesunde vegetarische Ernährung. Der gesunde Lebensstil war für viele Forscher Anlass zu Vergleichsstudien zwischen den Adventisten und der Normalbevölkerung. Es gibt weltweit über 200 Studien, die belegen und untersucht haben, was ist denn der Unterschied und genau diese Dinge, die wir gerade genannt haben, sind entscheidend für längeres Leben. Und ich möchte mal hier eine Statistik geben, aber ich nehme mal gleich die Zusammenfassung, das ist die Zahl von Lebensjahren, die Männer beziehungsweise Frauen dazu gewinnen, wenn sie vegetarisch leben statt Fleisch, bei Männern und Frauen ungefähr anderthalb Jahre. Viel zu wenig Bewegung macht bei Männern 2,73 Jahre aus. Wenn man fünfmal die Woche Nüsse isst und da reicht eine Handvoll Walnüsse, hat man 2,7 Jahre bei Männern 1,9 Jahre bei Frauen gewonnen. Schlank und Übergewicht macht bei Männern 1,4 bei Frauen fast 2,3 Jahre aus. Rauchen nie geraucht oder Ex-Raucher 1,2 1,8 Jahre und bei Frauen kann man noch durch Hormone was gewinnen, wenn man keine Hormone zu sich nimmt, macht in der Summe 9,66 Jahre bei Männern 10,37 Jahre bei Frauen. Das sind verschiedene Dinge, die wir betrachtet haben zum Teil und die auch Sie in der Hand haben. Wenn Sie auch sich bemühen, diese Dinge hier durchzuführen, können Sie sich hier in der Tabelle anschauen, wie viele Jahre Sie an Leben dazugewinnen. Ja, jetzt bin ich fast am Ende angelangt und ich möchte gerade aus dieser Gesundheitsreform von über 100 Jahren aus der Freikirche der Siebentags Adventisten Ihnen noch zwei Zitate bringen. Die Auswahl der Nahrung. Wir sollten Nahrungsmittel auswählen, die in reichem Maße die nötigen Stoffe zum Aufbau des Körpers enthalten. Bei dieser Auswahl ist der Appetit allerdings kein zuverlässiger Wegweiser, denn infolge falscher Essgewohnheiten ist er meist verdorben. Oft verlangt er nach Nahrung, die die Gesundheit beeinträchtigt und Schwäche statt Stärke verursacht. Also ein Zitat, das ungefähr 1870 ausgesprochen wurde, die Auswahl der Nahrung, Essgewohnheiten, es werden alle auf diese Dinge angesprochen, die uns heute Kummer machen. Und das nächste Zitat, auch von den Ernährungsgewohnheiten der Gesellschaft können wir uns nicht leiden lassen. Krankheiten und Leiden, die überall herrschen, resultieren zum großen Teil aus populären Irrtümern hinsichtlich der Ernährung. Ich habe Ihnen ganz am Anfang gesagt, ich möchte Ihnen Informationen liefern, Sie zum Nachdenken anregen. Ich habe nicht allzu viel vor dem gebracht, was an Irrtümern heute verkündet wird. Ich denke, das hören Sie jeden Tag in der Presse, in den Medien. Ich habe Ihnen versucht, das zu bringen, was gesund ist. Und wenn Sie nächstes Mal im Fernsehen die Werbung anschauen, beobachten Sie mal, wie viel von den beworbenen Lebensmitteln gesund sind. Die werden Sie nicht finden. Ich sage immer, wenn es gesund wäre, bräuchte man ja keine Werbung dafür machen. Also das, was beworben wird, sind die Süßigkeiten, die Dickmacher, die ungesunden Sachen. Die Industrie hat es anscheinend nötig, immer wieder darauf hinzuweisen, wie gesund das Ungesunde ist. Ein weiteres Zitat, das eigentlich zusammenfasst, was die Auswahl unserer Ernährung anbetrifft. Getreide, Früchte, Nüsse und Gemüse bilden die von unserem Schöpfer für uns gewählte Kost. Diese Nahrungsmittel, so einfach und natürlich wie möglich zubereitet, sind am gesündesten und am nahrhaftesten. Schon mehr als 100 Jahre ist es her, als das verkündet wurde und der Erfolg ließ ja nicht auf sich warten, die deutlich längere Lebenserwartung und da die meisten Adventisten auch heute noch oder viele zumindest vegetarisch leben, ungefähr die Hälfte und auch nicht rauchen, Alkohol meiden, sich bemühen, Sport zu treiben und auch Ruhepausen einlegen, ist es auch heute noch so, als einzige Lebensgruppe weltweit, dass das Alter von 100 häufiger überschritten wird als bei anderen Menschen. Ein Zitat zum Abschluss, dass das auch noch einmal zeigen soll, bei einer Erkrankung sollte man sich deshalb zuerst Gewissheit über ihre Ursache verschaffen. Gesundheitsschädigende Lebensumstände sollten dann verändert und falsche Gewohnheiten korrigiert werden. Schließlich muss die Natur in ihrem Bemühen unterstützt werden, die Schadstoffe auszuschalten und im Organismus normale Funktionen wiederherzustellen. Das ist das, was ich Ihnen hoffe, in diesem Seminar nahegebracht zu haben. Ich habe versucht, Ihnen die Ursachen zu zeigen, die hinter diesen populären Wohlstandserkrankungen stehen. Und wir können nicht mehr tun als Ärzte, als Sie darauf hinzuweisen. Meine Aufgabe, die Aufgabe meiner Kollegen ist es, Ihnen Gewissheit über die Ursachen zu verschaffen, wie es hier heißt. Der nächste Schritt, nämlich die Lebensumstände zu verändern, falsche Gewohnheiten zu korrigieren, das ist Ihre Aufgabe. Wir können Ihnen Ratschläge geben und ich hoffe, das ist mir gelungen, an den zwei Abenden Ihnen ein bisschen das Wissen zu vermitteln, um Hintergründe, um Ihnen zu helfen, die Zukunft besser zu planen. Das Abnehmen beginnt im Kopf. Diese Karikatur soll der vorletzte Beitrag hier an der Tafel sein, an der Leinwand, so natürlich nicht. Aber im Kopf heißt, Sie müssen sich entscheiden. Die Entscheidung, und das habe ich Ihnen ganz am Anfang gesagt, die Entscheidung Ihres zukünftigen Lebens liegt in Ihrer Hand. Wir können helfen, Sie müssen es tun. Und ich möchte mit einem weisen Rat, ups, der weise Rat ist jetzt leider verschwunden, aber ich sage Ihnen den eben, mit einem weisen Rat noch schließen, ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl. Wer hat das gesagt? Genau, der weiseste aller Menschen hat das gesagt. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie ein fröhliches Herz auch dabei haben. Nichts ist schlimmer, als wenn Sie jetzt mit Zwang anfangen gesund zu essen und dabei psychisch zugrunde gehen. Ich übertreibe es mal so. Es muss Spaß machen, das Essen. Aber Sie müssen den ersten Schritt gehen und gesundes Essen ist gutes Essen, nahrhaftes Essen und ist auch schmackhaftes Essen. Oft hat man einfach verlernt, einfache Speisen schmackhaft dazu bieten. Und das ist etwas, was man auch lernen kann. Und jetzt habe ich hier schon die Folie, wenn Sie weitere Informationen zu dem Thema haben wollen, vor allem was den Lebensstil betrifft, ich habe einen ganzen Vortrag draußen in dieser Serie, der sich nur damit beschäftigt, wie wir unser Leben besser gestalten. Wir haben vorhin die Frage gestellt, wie viel essen, wann essen, wo essen. Ein über den Tag verteilt, wie oft man isst und alle diese Dinge. Ja, das war es soweit von meiner Seite, Sie dürfen gerne jetzt im Anschluss ein paar Fragen stellen, noch, wenn Sie denn solche haben. Ich bedanke mich für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen, dass Sie das, was Sie gehört haben, auch wirklich schaffen, umzusetzen, wenn Sie es dann müssen. Nicht jeder Tieren und gleich anfangen morgen die ersten Schritte zu tun zu einem gesünderen Leben und damit zu einem gesünderen Leben und zu einem längeren Leben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit.